Hallo und Willkommen zu meiner ersten Folge Daily Shop, das Shop, das jeden Morgen rauskommt. Nein, das kommt nur heute raus, weil ich Bock habe gerade. Und heute sehen wir den schönen Daily Shop. Ihr seht es schon, wir haben gerade 2 Uhr. Ja, ich bin gerade bei einem Freund, aber das ist auch unrelevant. Hier sehen wir auf einmal auf der linken Seite den Gaunerin. Hier, sieht man sie. Finde ich sehr sexy. So, wenn ich sie nochmal hier drehe. Aber mit dem Rucksack, das ist auch richtig geil. Ja, also ich würde es schon auf jeden Fall mal empfehlen. Dann gehen wir mal hier, das ist der Halunke. Ich finde den Rucksack noch geiler, aber vom Skin her feiere ich die Frau mehr, muss ich ehrlich sagen. Auch empfehlenswert, der Breakdance-Emote ist halt so ein Standard-Emote. Ich spiele nochmal ab, ja, da spiele ich. Ich spiele nochmal ab. Jetzt spielen wir nochmal mit X einfach Spam. Ja, auch ein schöner Emote. Dann der Nachtkommando. Ja, kann man auf jeden Fall mal machen. Ist jetzt nicht mein Favorite, aber kann man machen. Sauber. Der ist so geil, ey. Tschüss jetzt, aber, äh, ja, tschüss. I just know you. Ja. Da seht ihr dann auch schon. Dann glitzernde Reiter. Die ist wirklich cool, auch mit den Effekten hier. Dann können wir hier nochmal, ähm... Pöppelhack, die habe ich. Die kostet 500 oder so. Oder 800. Ich glaube 800, keine Ahnung. Äh, die finde ich auch mega. Damit spiele ich auch, das ist meine Lieblingshacke. Dann ist der Schneesturm. Ja, ist halt so ein relativ Standard-Kleiter. Mit einem coolen Muster, aber sonst. Ja. Äh, schreibt mir mal eure Meinung zu dem Daily Shop in die, äh, in die Kommentare. Das hier ist im Moment gerade im Stream, also, wenn ihr den Stream seht, ja. Äh, ja. Dann würde ich sagen, haut rein, lasst ein Like, dann ein Abo. Und tschöö. Ja. Ja.